Österreich verhängt wegen des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen. In Österreich sind bereits tausende Menschen erkrankt, im Moment Lockdown und in Quarantäne. Der Cluster weitet sich aus. Der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege in Salzburg. Nennen wir es soziodemografische Daten? Ja. Pflege heißt, für die Zukunft forschen und Prozesse evaluieren. Das sind subjektive Äußerungen. Also da schwebt was drüber dahin. Pflege heisst, Miteinander, Füreinander, Extreme bewältigen. Danke schön. Danke schön. Wir legen ein EKG bei dir an und das wird die Aline jetzt machen und eure Unterstützung haben wir. Pflege heißt, Herz und Blut in die Arbeit zu stecken. Was sagen uns diese Tackerl? Ja, es weitet die Erwägungen. Wir richten eine Infusion her, ich zeige sie vor und ihr habt das ja in der Theorie schon gelernt, ihr sagt es mal, ihr schreibt ja ab, okay? Also wir sagen halt immer bis alles getrocknet ist, gell? Und das sind circa, wie viele Sekunden? Einmal, weil sie nicht. Gut. Einmal drüber, einmal drüber, einmal drüber, einmal drüber, einmal drüber. Pflege heißt, Farbe ins Leben zu bringen. Pflege heißt, auf individuelle Bedürfnisse jedes einzelnen eingehen. Das machen wir am Mond noch von oben. Spielen! 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 Spielen, wir fangen am Mond, weil wir ganz viel Platz zum fangen spielen. Die ersten Feedbacks von den Patienten, wenn sie sagen, sie fühlen sich sicher, sie fühlen sich gut aufgehoben bei dir, das gibt einem einfach wahnsinnig viel Kraft und Motivation für die nächsten Studienjahre. Was mir das Studium gebracht hat, an meiner Persönlichkeit, ist, dass ich sehr viel mehr kritisch denke über Sachen, die, was man jetzt nur lest oder denen erzählt werden. Man muss das viel genauer hinterfragen und sich seine eigene Meinung bilden. Und man darf nicht immer alles so hinnehmen, wie es ist. Pflege studieren bedeutet außerdem, Freundschaften zu knüpfen. Und Erfahrungen fürs Leben zu sammeln. Pflege heißt auch, Erfolge zu feiern. Zehn Jahre Gesundheits- und Krankenpflege in Salzburg. Praxis, Theorie, Forschung.